Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Wir sind hier bei der Firma Steif und im Hintergrund sind ganz viele Wildtiere. Was hat es denn damit auf sich? Herzlich willkommen bei Steif. Wir haben in diesem Jahr eine wichtige Partnerschaft mit National Geographic und dem Fotografen Joel Satori, der sich seit vielen, vielen Jahren für bedrohte Tierarten durch seine Fotografien einsetzt. Wir haben die Fotoarche von Joel Satori genutzt und neun unserer Charaktere hier dargestellt, die wir ab diesem Jahr verkaufen. Wichtig für uns damit, das wissenschaftliche Projekt von Joel Satori zu unterstützen. Super, das heißt mit jedem Kauf wird das Projekt unterstützt. So ist es und das tun wir auch sehr gerne. Joel Satori sagt, nur das, was der Mensch liebt, das liegt ihm wirklich am Herzen und das schützt er auch. Und genauso geht es ja so ein bisschen mit den Steiftieren. Auch die sind ja eine Herzensangelegenheit und bleiben für immer eigentlich im Herzen der Menschen. Deswegen ist diese Partnerschaft für uns mehr als nur eine einfache Partnerschaft. Das ist eine Herzensangelegenheit. Schön. Und welches Tier hat Ihr Herz erobert? Mein Herz ist ganz persönlich liegt auf dem Gibbonaffen. Das ist ein Primat aus Asien, der sehr stark gefährdet ist, den wir in unserer 48 Zentimeter Form sehr naturgetreu nachstellen. Der wird definitiv einen ganz besonderen Platz bei mir zu Hause einnehmen. Sehr schön. Vielleicht hole ich mir den dann auch. Das wird mich freuen. Vielleicht auch von ihr jemand anders. Genau. Vielen Dank. Wurde Ihnen präsentiert von messebauer.com Wir machen Messebau.